DL5BQ, DF2ET, jetzt mit Aufnahme. Dein ist DL5BQ. Ja prima, ich lasse hier einfach mal das Loch durchlaufen. Seht aber gut aus, Audio-Issues schön auch komplett behoben zu sein. Ja, Ortschau, kann ich bestätigen, klingt hier gut. Nur wenn du recht leise sprichst, dann tue ich mich ein bisschen schwer, dich hier mit meinen Ohren zu dekodieren, aber das ist recht wohl wieder auf der DL5BQ. Ja okay, aber zumindest dieser Echo-Kram, den wir da neulich beim ersten Test hatten, der scheint ja tatsächlich komplett behoben zu sein. DL5BQ, DF2ET, jetzt kommt nichts mehr, also nicht mehr gedrückt, DF2ET, jetzt bin ich komfortabel. ich applied, du recht weißt, jetzt bin ich bei uns auf der DL5BQ. Oh, ist das, was du in der DL5BQ? Ich rufe hier. Ich rufe hier. Ich rufe hier. Ich rufe hier.